Meine liebe Freunde der SNL Philharmoniker, ich möchte Sie sehr herzlich aus meinem Heimstaat begrüßen. Ich hoffe, Sie sind alle gesund und ich freue mich sehr, Sie bald in unserem Konzertsaal oder im Altotheater wiederzusehen. Ich wünsche Ihnen viel Geduld in dieser schwierigen Zeit und hier ist ein kleines musikalisches Geschenk für Sie.